Die Beziehung von Sarah Lombardi und ihrem Freund Julian Büscher scheint immer ernster zu werden. Nachdem die beiden mittlerweile schon nicht mehr veröffentlichten Liebesbeweisen zurückschrecken, bezeichnete der Fußballer die 27-Jährige via Instagram nun sogar als seine Liebe. Doch nicht nur das, auch eine Hochzeit zwischen dem Paar scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein. Denn Julian schrieb jetzt in seiner Instagram-Story über die Thea Momi Amor-Interpretin, Auch Sarah ging in der Beziehung zu dem 27-Jährigen nämlich den nächsten Schritt und lernte ihre Schwiegermutter in Spee kennen. Die Mama des Sportlers postete so auch ein Bild mit der ehemaligen Supertalent-Jurorin und freute sich über den Überraschungsbesuch, während Sarah sie als liebste Schwiegermama bezeichnete. Wie süß! Sarah Lombardi und ihr Freund Julian scheinen echt eine Bilderbuchbeziehung zu führen. Und wir sind gespannt, ob sich die beiden bald vielleicht wirklich das Ja-Wort geben.